Darauf habe ich hingearbeitet, Ewigkeiten im Traftraum, an Zeit vergeudet, um jetzt mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stellen. Müssen wir jetzt mal schauen, wie es so läuft. Ich freue mich auf jeden Fall extrem und Step-to-Step sind wir zurück zur Mannschaft. Ich fühle mich sehr gut, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Woche gibt es mehr davon. Ich hoffe, die Woche gibt es mehr davon.